Hi, ich bin Fabian von Digistore24 und zeige Ihnen heute, wie Sie einen Veranstaltungsort für Ihr E-Ticket erstellen. Hierzu gehe ich zuerst in meinem Backoffice in der Vendor-Ansicht auf Einstellungen und E-Tickets. Dann klicke ich auf den Button Veranstaltungsort hinzufügen. Unter Name gebe ich den Namen des Veranstaltungsorts ein. Bei Adresse gebe ich die genaue Adresse meines Veranstaltungsorts an. Danach klicke ich in dieses Bild, um zu Google Maps weitergeleitet zu werden. Hier suche ich meinen Veranstaltungsort und kopiere anschließend die URL. Danach wechsle ich wieder zur Digistore24-Seite und füge die URL in dieser Zeile ein. Unter Umständen kann es passieren, dass der Google Maps-Marker auf der E-Tickets-Karte nicht korrekt platziert wurde. Wie Sie die Position korrigieren können, erfahren Sie hier. In dem Feld Anfahrtsbeschreibung kann ich zuletzt noch mit einer kurzen Erklärung beschreiben, wie die Teilnehmer meiner Veranstaltung zu dem Veranstaltungsort finden. Danach speichere ich den Vorgang und habe damit einen Veranstaltungsort für mein E-Ticket erstellt. Dritte Spannungsgeladene